So, liebe deutsche Freunde, bitte ich darf euch nur den, den nächsten Sprecher empfinden. Die Technik ist ein Problem heute. So, liebe Freunde, wir fahren mit dem Programm weiter und ich glaube, viele kennen ihn bereits. Und er ist ein absolut genialer Sprecher. Ich darf euch ankündigen, Alexander Ehrich. Hallo Salzburg. Hallo Freilassing. Hallo Österreich und hallo Deutschland. Wir haben uns in vielen, vielen Stunden bereits gesehen und versammelt. Nicht, um über eine Pandemie zu sprechen, sondern darum, wie wir mit dieser Pandemie umgehen. Wir haben seit 1. Jena in Österreich eine wahnsinnige Dynamik. Viele, viele Menschen, die gemeinsam ihren Unmut in ganz kurze Leute fassen. Was sagen wir in Österreich in letzter Zeit am liebsten? Holz muss weg! 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 Söder muss weg! Söder muss weg! Söder muss weg! Aber Deutschland ist größer als bei Bayern und selbstverständlich gibt es auch in Deutschland Eine Regierung, die ihr Volk belügt, ist rückteilsreif! Eine Regierung, die heute nicht mehr weiß, was sie gestern versprochen hat, ist rückteilsreif! Eine Regierung, die tausend Probleme schafft und keines löst, ist rückteilsreif! Eine Regierung, die alle Mädchen, alle Männern, gleich schaltet, einstimmt und alles ignoriert und unterdrückt, was nicht allgemein politisch ist, ist rückteilsreif! Eine Regierung, die die deutsche Wirtschaft verliert und ausländische Konzerne füttert, ist rückteilsreif! Und deshalb sagen wir in Solidarität über die Grenze hier weg! Merkel muss 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 weg! Diese beiden Regierungen, Kurz und Merkel, hindern uns heute daran und hindern uns wirklich daran, unsere Freundschaften, unsere Freundschaften, unsere Familienbeziehungen, unsere Liebe, unsere Familien und unsere Wirtschaftsbeziehungen über die Grenzen weg, so zu leben, wie es uns als freier Bürger des Vereins Europas zusteht! Und deshalb sagen wir alle gemeinsam, die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Für ein offenes Europa, der Völker, der Herzen und der Liebe! Als letztes, als letztes! Das gilt nicht nur für Österreich und Deutschland, sondern für die ganze Welt! Und für die ganze Welt sagen wir hier im Herzen Europas! Die Angst muss weg! 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 Dankeschön! Danke Salzburg! Danke Freilassing! Also, lieber Alexander éelich, bei dir ist So Kathryn Rissler electroverloren! Oder wachst mich für die Bewegung! Vielen Dank für deine Worte. Ich glaube, Sie sind wichtig.